Die Top 6 Produkte für Ihr Badezimmer, Wandregale ohne Bohren Ich habe die OOL Star Duschablage ohne Bohren gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Set enthält drei Duschregale aus Edelstahl, die rostfrei sind und perfekt für Shampoo und Duschgel geeignet sind. Das Seifenhalter ist sehr praktisch und das Regal sieht sehr modern und hochwertig aus. Das Anbringen war kinderleicht und es hält sehr gut an der Wand. Ich kann diese Duschablage jedem empfehlen, der sein Badezimmer ohne Bohren verschönern und organisieren möchte. Ich habe die Uamector Duschablage ohne Bohren getestet und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Das Set beinhaltet drei Regale, die robust aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und schwarz lackiert sind. Die Montage erfolgt ohne Bohren, was mir als Mieterin sehr entgegenkommt. Die Regale bieten ausreichend Platz für Shampoo, Duschgel und andere Pflegeprodukte und sehen dabei noch stylisch aus. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe mir die Orimade Duschablage ohne Bohren gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Installation war sehr einfach und es gab keine Notwendigkeit, Löcher in die Fliesen zu bohren. Die Ablage ist aus SUS304 Edelstahl gefertigt und hat fünf Haken, die sehr praktisch sind, um Duschutensilien wie Shampoo, Conditioner oder Schwämme aufzuhängen. Die Größe der Ablage ist perfekt für alle notwendigen Duschprodukte und das Set aus zwei Stück ist ein toller Bonus, besonders für Familien oder wenn man mehr Platz benötigt. Ich empfehle diese Duschablage auf jeden Fall weiter. Ich bin sehr zufrieden mit dem Eggploi Badezimmerregal. Es war sehr einfach und schnell zu installieren, ohne Bohren. Das Regal ist stabil und kann gut an der Wand montiert werden. Es ist auch sehr praktisch, da ich jetzt viel Platz habe, um meine Badezimmerutensilien aufzubewahren. Das Material ist solide und einfach zu reinigen. Ich kann das Eggploi Badezimmerregal auf jeden Fall empfehlen, besonders für Menschen, die keine Bohrungen in ihren Wänden möchten. Ich bin sehr zufrieden mit dem Best-On-Duschablage-Set. Die selbstklebenden Duschregale sind schnell und einfach zu installieren und halten ausreichend Gewicht. Ich benutze sie sowohl in der Dusche als auch in der Küche, um meine Pflegeprodukte und Küchengeräte aufzubewahren. Die schwarze Aluminium-Optik sieht modern und elegant aus und passt perfekt in mein Badezimmer. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen, der nach einer einfachen und stilvollen Möglichkeit sucht, zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Best-On-Duschablage ohne Bohren. Das Duschregal ist sehr stabil und lässt sich einfach an der Wand befestigen. Besonders gefällt mir die selbstklebende Funktion, die es ermöglicht, das Badregal ohne Bohren zu installieren. Der matte Aluminium-Look sieht sehr schick aus und ist zudem rostfrei, was besonders praktisch ist. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen würde, der auf der Suche nach einem hochwertigen Duschkorb für sein Badezimmer ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.